Anna Amakova, sonst werde ich ein bisschen verrückt. Sie spricht über die Auszeit. Anna Amakova ist auf der Überholspur. Nach ihrem Sieg bei Let's Dance durfte sie direkt neben Dieter Bohlen in der das Supertalent-Jury Platz nehmen. Wird ihr das alles zu viel? Jetzt spricht sie über ihre Auszeit. Für Anna Amakova, 24, könnte es aktuell kaum besser laufen. Nicht nur sicherte sie sich im vergangenen Jahr den wohlverdienten Sieg bei Let's Dance, auch ein Platz in der das Supertalent-Jury war ihr wenig später sicher. Ganz schön fiel Trubel für die eigentlich sonst eher zurückgezogene Tochter von Boris Becker, 56. Doch Anna weiß, wie sie dem Druck standhalten kann, sie gönnt sich hin und wieder eine Auszeit und verrät auch warum. Anna Amakova, so schafft sie es nicht verrückt zu werden. Obwohl Anna Amakova seit ihrer Geburt im Scheinwerferlicht steht, braucht sie ab und an eine Pause von dem Blitzlichtgewitter. Die Tochter von Boris Becker verriet nun im RTL-Format Gala, wie sie es schafft bei all dem Trubel nicht den Verstand zu verlieren. Ich mag es, Leute kennenzulernen, zu treffen, zu plaudern. Aber ehrlich gesagt brauche ich auch Auszeiten, Ruhe, um Tagebuch zu schreiben, zu lesen. Das ist mir sehr wichtig, sonst werde ich ein bisschen verrückt. Da scheint die 24-Jährige ja ihren Weg gefunden zu haben, wie sie es schafft, trotz ihres neuen Terminstresses, auf dem Boden zu bleiben. Sie nimmt sich die Zeit bewusst für sich selbst. So schnell kann eine Anna Amakova nämlich nichts aus der Bahn werfen. Aber die Beine und dann machen, ihr solltet nicht leicht mit dem Boden zu bleiben. Aber ich kann es nicht gerne mit dem Boden zur Verfügung stellen. Aber ich weiß nicht, dass die Zeit nicht mehr so viel, ist es nicht mehr so viel, ist es ziemlich spannend. Untertitelung des ZDF, 2020